Bushido lässt nicht locker und legt hart gegen Capital Bra nach. Im Juni 2018 brachte Bushido den scheinbaren Mega-Label-Move und seinte Capital Bra bei seinem Label Er ist guter Junge. Anfangs gab es dem Label einen neuen Auftrieb, doch nur gut ein halbes Jahr später ging alles in die Brüche. Capital Bra veröffentlichte wie aus dem Nichts ein Videostatement, in welchem er sagte, dass er Er ist guter Junge verlassen werde, weil sein Label-Boss Bushido mit der Polizei kooperiere. Das tat er dann auch und nahm Samra direkt mit und seitdem ist er wohl absolut Hopfen und Malz verloren. Wieso? Wo ist es? Obwohl Capital Bra zwar Anfang 2022 in einem Livestream noch sagte, zwischen ihm und Bushido sei alles gut, scheint dem ganz und gar nicht so zu sein, denn Bushido nutzt seitdem quasi jede Gelegenheit, um gegen sein ehemaliges Signing zu feuern. Vor allem wirft er ihn immer wieder vor, ihn verraten zu haben und dass Capital sein damaliges Statement nur gemacht habe, um aus den Verträgen mit Bushido rauszukommen und dann quasi selbst mehr Geld mit einem anstehenden Universal-Deal zu verdienen. Auch vor kurzem, in seinem Podcast mit Peter Rosberg, schlug Bushido in dieselbe Kerbe und unterstellte Kapi außerdem, dass dieser ein ordentliches Problem mit den Drogen habe. Capital Bra wiederum hatte in den letzten Wochen öfter gegen Bushido geschossen, beispielsweise auf dem Track AK47 gerappt, Bushidos Ego sei gew***t, weil er keine Klicks habe und nun legt Bushido abermals nach und zwar ganz schön ordentlich hart. Aber erst mal kurz. Krafttraining heißt Kraft und Training. Also am besten kräftig sparen beim Einkauf bei SIGPLUS mit dem Code RAP10. Das trainiert den Geldbeutel. Vor kurzem postete Capital Bra selbst ein Foto von SIGPLUS aus dem Krankenhaus, wozu er zunächst nicht sagte, was da los sei, aber wo er doch ein wenig fertig aussieht. Und diese Vorlage nutzte Bushido direkt aus, postete das Foto dann ebenfalls auf Twitter und versahs mit dem Zusatz, keine Macht den Drogen. Offenbar hatte Bushido auch auf TikTok irgendwas rausgehauen, denn er zeigte wenig später auf Twitter, dass sein TikTok-Video gesperrt worden war. Was wir noch erkennen können, es ging wohl um Capital Bra und Bushidos Caption war Ich mag ihn nicht, aber so etwas wünscht man niemandem. Hierzu packte Bushido dann auch eine wirklich wilde Kombination an Hashtags aus und zwar Hashtag Bushido, Hashtag Junkie, Hashtag Capital Bra, Hashtag Addiction. In der Zwischenzeit hatte Capital Bra dann auch seine Fans aufgeklärt, weshalb er denn im Krankenhaus sei und auch bei diesem Video wirkt er, wie schon auf dem Foto, leicht neben der Spur. Ob jetzt von irgendwas, was er im Krankenhaus bekommen hat oder von was anderem, weiß man natürlich nicht. Gestern dann schrieb Kappi mit einer wohl recht eindeutigen Anspielung auf Bushido zu einem Video, in welchem er im Krankenhaus rumtanzt, das hier. Gestern Abend noch pelmenige Gäste mit dem Bra-Tanz und heute früh geht's mir schon wieder besser. An alle Leute, die mir nur Schlechtes wünschen, ich wünsche euch nur das Beste. Schöne Grüße, Berlin lebt bra. Bushido aber wollte es damit offenbar noch nicht belassen und postete gestern Abend wieder ein TikTok-Video über Capital Bra. Hier packte er einfach zweimal dasselbe Foto von Kappi rein, welcher wieder ordentlich neben der Spur aussieht und versah dies mit der Frage Lungenentzündung. Hierzu gab's dann außerdem noch so Hintergrundmusik aller Verschwörung mäßig. Und damit, haut da rein. Bra, Berlin lebt!